Für Fahrrad. Raulis. Minkie. Wett mit dir. Noch so ein Ding. Klasse. You should be nice to friends. Oh. Ha. Fail. Das Ding ist auch paralysiert. Und mein Pikachu ist jetzt sehr angeschlagen. Ich will allein sein. Verschwinde. Ist ja gut. Aber zuerst, die kann schon heilen. Sehe ich aus wie Leidina. Oh nein. Schlechte Erinnerung. Ich liebe Pokémon. Und du? Na, wonach sieht das aus? Ich habe ein verdammtes Pikachu hier. Wenn ich hier mit Liebe überschütte hier. Durchbruch. Jetzt versuche ich es mal mit meinem Taub-Sieb. Schön. Schon der Fallroffen. Das ist genauso wie mit dem Pikachu gewesen. Und, gib weg. Gehood weg. was hast du gewesen soviel ich weiß ist das ganz normal aber vielleicht heißt es auch naiv ne naiv ist naiv okay is this remember hessha berry cherry berry chesterberry und ein superball ein hyperrank superbank super und super und auweia diese bin ich langsamer okay das ist jetzt gar nicht lustig okay Oh, okay, da. Äh, Highland. Oh, da war ich schon. Oh! Schon wieder Volltreffer. Und Quick Attack. Noch ein Post. Noch so ein Hing. Ups. Oh, ich hätte noch so viel machen können. Egal. Äther. Ja. Erholung. Oh, der hat mich gesehen. Erholung. 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 Hallo. Und Geo von Tod. Ja, von dem verdammten Kind besiegen. Ich bin es gewohnt, dass immer mein Starter-Pokémon mein höchstes Level-Pokémon ist. Und jetzt heil ich mich. Äh, Hilfe. Erstmal hier oben. Ah, Zerschneider. Bin ich sehr krank? Äh, nicht wirklich. Sind da cool. Ah, Taubsee entwickelt sich tatsächlich. Obwohl ich es nur so kurz habe. Entwickelt es sich zu einem viel besseren Vogel. Hallo? Oh. Äh. Oh. Oh. Schelder. Oh. Weiter. Geh weg. Und wieder mal Räume besuchen. Oh. Ja. Oh. Oh. Ah. Ah. Vielen Dank. Schneller, schneller! Pikachu! Oh nein! Und Parahex! Dafür kriegst du Rasierblatt zu spüren! Parahex! Parahex! Miss! Treffer! Stardust! Für diesen Scheiß muss ich hier kämpfen und meinen Wieser Knoss paralysieren lassen! Die Hyperspeed-Taste! Hoppla! Die Hyperspeed-Taste! Oh! Wirbelwind! Nein, danke! Die Klappschuhe! Oh, das Ding ist schneller als ich! Dorn! X-Angriff! Die Klappschuhe! Wisst ihr was? Ich benutze jetzt eine X-Angriff! Damit ich es los habe! Ops! Bonita! Und jetzt ist das ein Faktor! Und jetzt ist das ein Faktor! Ich bin der Klappschuhe! 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 Scheiße, ich hätte eigentlich schluckzuck die machen sollen. Was soll's. Charmeleon. Ein eindeutiger Fall für Pikachu drin bleiben lassen. Sonnerschaff. Und Parahax. Und Amber. Und... Den haue ich eine rein. Klasse. Oh, 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 oh. Na, das dachte ich mir schon. Jetzt kick ich dich und Metallglaue weg. Ich wollte, dass die anderen Erfahrungspunkte kriegen. Aber das hat gefällt. Ja, ich muss diesen alten Mann besuchen. Okay, jetzt wo ich... Vm-Zerschneider habe. Dann bringe ich erstmal Isaknos bei. Und das Gute dabei ist, es ist noch viel besser als Tacklen. Und die TMs, die ziemlich gut sind. So wie Eistrahl und so. Die werde ich später benutzen. Irgendwann mal. Wer ist gegen die Top 4. Die TMs, die TMs, die TMs, die TMs.